In St.O.T ist noch nicht Bitches Bitches Da ist der Max Ich hab dem Poiler geholfen, um ihm zu springen Ja, und ich hab die Max mit dem Blitz weggeschossen Und ein Spion, ja gut, dann hab ich nur markiert Ach dann, da kommt ein Musikbörer, Flash Ah, leck Oh, fuck Ist er immer noch unterwegs Ach, Mist, ich muss näher an den Berg ran Nein Nein Das ist doof Ich wollte auch hart erwischt Von? Oh, was denn das für ne geile Tarnung, was der drauf hat Fünf Kills hab ich jetzt gemacht Bin ja richtig gut heute, alter Spiele Dafür, dass ich das jetzt fast einen Monat nicht mehr gespielt hab Ich hab mir auch so schon Da, Zeit, Papa ist auf Ja, 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 der hat mir jetzt schon das ganze Schild weggeballert Aber guck dir mal den Panzer da drüben an Der, wo da an der Garage steht Das sieht richtig geil aus, die Tarnung gefällt mir Der kann Das ist nicht mehr? Ja, der ist nicht mehr da Der hat sich versteckt Da muss man warten, bis er rauskommt Das ist irgendwie schaffen, diese scheiß Sniper da oben auszuschalten Oh, der hat mich Das meine ich Ja, ich komme als Sniper Wenn ich, wenn ich meine Spornbiegen brauche noch eine Minute Ich komme als Sniper rüber gelaufen Aber da oben ist alles voll Wir müssen echt den Berg haben Der Der ist immer so tödlich Wenn der besetzt ist Mit Snipern Guten Snipern vor allem Kommst du da nicht hoch Ja, schon wie Da weiß ich, komm kaum Ich bin kaum gesporned, werde ich schon beschossen Ich so Für Updates gab es eigentlich auch nichts mehr seit In letzter Zeit Für dieses Spiel Arc wird dauernd geupdatet Aber Ja, aber das ist so schlecht programmiert Jedes Mal 700 Gigabyte Updates Das ist so behindert Ja, Arc soll vielleicht ausgeschaltet werden Wege Gericht zum so'n Schatz Was soll es? Soll vielleicht abgeschaltet werden Arc Ich hab dafür Geld bezahlt Ich auch Ja, weil der Entwickler irgendwie Gerichtshock oder das so angekommen Habe ich gehört, ich weiß nicht, das stimmt Ah, da oben ist das Spiel nicht sehen Aber Ne, nach die ganze Zeit Ich bin vollgekommen Ja, im Moment Ich schieß mal noch Sensoren Da hüben sie noch welche Ah, wenn wir uns was sind und das so hell ist, dann ist es scheiße Ja, dann wird es schwer die zu erkennen Ich bin jetzt auch am Berg am Hangarballspiel und bist du hier auch echt fehl am Platz Oh shit, Alter Da ist aber voll viel los, Alter, da hinten Was? Der hat mir nämlich gekannt, der Wichser Fuck Hat er mich gesehen? Ja, die sind direkt über mir Irgendwann hat meine Mine gefunden Ein Hammer Zwei Hammer Ah, gut, wir sind doch schon ein bisschen besser daran hier Drei Ah, die haben hier einen Sandi, deswegen kommen wir nicht vorwärts Ja Die spawnen einfach random wieder Oh, immer nur Kill Assists, man, das ist doch kacke Ah, jetzt kommen wir mit der Panzerarmee von rechts, äh, von links rein, dann müsste man sie doch einfach wegkriegen da Oh fuck Ach du Scheiße Warum muss der jetzt, ach Jetzt hab ich ein Voller in die Luft gesprengt Habst du draufgesucht und der genau in dem Moment fährt er zurück und Äh, die Sprengung killt mich mit Die Assi, ey Ich hab jetzt noch einen mit der Handgranate Mit der Handgranate mache ich jetzt richtig viele Kills heute Handgranate ist eh geil Dann ist noch ein scheißgefickter Max Ja, und was kommt denn jetzt von der Seite, Alter? Willst du mich verarschen? Jetzt hast du mich von der Seite Von hinten kommen sie jetzt schon, wie sie Willst du? Oh, der hat ein Klinik beworben, der Wohnzirn Tja, so ein Dreck Oh, da ist jetzt einer mit seiner Parage, Alter Ja, voll ins Knie getötet, ein Schuss ins Knie töte deinen, jawoll Ja, wir wissen, dass er auf den Knie geschossen hat Und weil ich auf sein Knie geschossen hab Was auch? Mit dem Snipergewehr Ach, du bist gestorben Und mit deswegen Nein, nein, ich hab noch zwei Leben oder so Wenn man das jetzt alles Ding machen könnte Bezeichnen Ich bin rot, aber ich hab noch einen kleinen Balken Hab ich noch Und den nächsten Ich hab in die Brust geschossen und krieg einen Kopfschuss Genau Das ist das Bombastische an dem Spiel Muss nachladen Tag nur COD, ey Tag nur COD, ey Tag nur COD Und dann Puh Sie ist auf den Füssen Mein Kist Kopfschuss 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 Ins Knie Wir flippen C Wir flippen C Ja, guck Ja, ich bin noch Wir haben 14% Alter Das ist echt schlecht Schlecht von Schlechtheit, oder? Obwohl es was es nicht gibt Alter Ach, da bist du Wo bist du? Die Zigeuner Die Zigeuner Schieß einfach auf mich und dann versteckt er sich Ohhhh Hat sich in der Base abgespattert Aber die treffen mich nicht Haha Schlecht Ach shit, die treffen mich, alter WTF Oh nein, 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 nein Nicht töten, nicht töten Nicht töten Wo man es nicht mehr sieht, alter Jawohl Boah Er hat noch getötet Danke Mit der Pistol will ich abgeben Mit der Schrottpistol Habe ich noch Ding? Ah ja, doch habe ich Hat einfach mal die Animation vom Nachladen gefehlt Hat einfach nur das Ding gelaufen Deg Deg Du Offen bist, ne Ballern nicht einfach alle ab von der Base Das ist nicht normal Ah Da komme ich nochmal als Spiel, Johan Kannst du jetzt ein bisschen farmen noch Gewinnen können wir eh nicht mehr Der Gewinnen ist nix Außer sie, sie gehen jetzt alle offline Wir sind die ganzen Gegner Und wir sind die einzige Fraktion, wo noch online ist Und selbst dann wird es nicht mehr reichen Ja, das wäre Oh, der fuck Wo kommt der jetzt her Diese Huren und so Der will noch mal und ziehen Boah, Mann Der packt so dumm Ja, der hupft immer Dann kannst du nicht visieren Er leckt Ja Alter, wie behindert ist, dass ich Ich steh direkt Ich könnte jedes Mal Dann hupf der immer ein Stückchen hoch Ja, ich krieg den nicht Der Lap Dark nicht Das ist so behindert alles Und ich bin nicht mal so weit weg von dem Typ So, erstmal den Spawn-Room von denen Oh, hinter uns? Ja, der ist tot Gott, warte Sonst wird er mich hier auch locker wegnehmen Was Schreiter? Irgendwas Alter Sie laufen jedes Mal die Sekunde weg, wenn ich sie anbiss hier Was sind das für Geräusche? Wir reden da Äh, in der Sprache Alter Und einer macht Furz-Geräusche Vincent Loth ist noch nicht Bitches Bitches Auch da Hey, waaat Alles gut und selbst Da geht waaat Boah, Alter, ich hasse das Spiel Ich höre gleich wieder auf zu spielen Das ist das Spiel Du trässt einfach nix Ähm, naja, Futur Und das liegt nicht am Spiel Doch Nein Das ist, wenn du sie anscopest und die Die hüpfen vor dir in der Gegend rum Ist das behindert Das liegt aber nicht am Spiel Das liegt dran, dass deine Gegner gut sind und du scheiße Nein, die springen kurz Die springen Die backen immer so hoch und runter Du kannst sie nicht genau anvisieren In wass in dem Spiel? Blende Zeit Ah, das wär mir neu, dass da Leute sich dauerhaft rum teleportieren Nicht teleportieren, die bewegen sich immer ein kleines Stückchen Du kannst sie nicht richtig an Äh, äh, Hedge hat anvisieren So, den basteln Den konnte ich jetzt anvisieren Wir haben genau ganze 14% Äh, beim Alarm Ja, das ist viel Das ist noch viel